Herzlich willkommen zu Volume 1 des Videolernkurses Pinnacle Studio 25. Mein Name ist Mick Nowki, ich bin Autor für 30th Century und werde Sie durch diesen Grundkurs und die weiteren Kurse begleiten. Dieser Kurs beinhaltet alle Grundlagen, die Sie zur Bearbeitung Ihrer Videos unter Pinnacle Studio benötigen und auch alle Neuerungen, die unter Pinnacle Studio in diesem Jahr verfügbar sind. Wir zeigen Ihnen natürlich, wie Sie Medien importieren und die Oberfläche gewinnbringend in Ihren Workflow einarbeiten können. Wir werden einmal aufschlüsseln, welche genauen Einstellungen Sie für Ihr Videoprojekt im Schnitt benötigen, ehe wir Sie nach und nach immer sicherer an Ihren Videoschnitt heranführen. Bereits nach Volume 1 werden Sie wissen, wie Sie Ihre Spuren bestmöglichst verwalten können und wie Sie Ihre Videos in der Timeline trimmen, beschneiden oder kürzen können. Wir schauen uns den Umgang mit Hochkantmaterial an, welche weiteren Änderungen es in diesem Jahr gibt, insbesondere bei der Titelerstellung, zu der wir hier im Grundkurs Volume 1 auch schon kommen werden. Was hier zum Vorjahr anders ist und warum es sich definitiv anbietet, mit dieser Titelerstellung zu arbeiten. Wir werden kreativ, indem wir ganz genau hingeschaut haben und uns eine Tagesschaublende abgeguckt haben. Diese werden wir in diesem Volume 1 einmal umsetzen und framegenau animieren. Wir gehen bereits in diesem ersten Volume von insgesamt fünf Volumes auf die neuen Blendemodi unter Pinnacle Studio ein und wir werden zahlreiche dieser neuen Blendemodi auf einige Beispiele anwenden, um Ihnen aufzuführen, welche super tollen Neuheiten Sie in Bezug auf die Blendemöglichkeiten unter Pinnacle Studio vorfinden. Wie wir unser Ausgangsmaterial abändern und einen Blendemodi auf das darunterliegende Material anwenden. Wir werden Ihnen zudem zeigen, wie wir Blenden selbst erstellen und eine tolle Effektkombination erhalten. Wir werden auf das verbesserte Color Grading eingehen und Farbverläufe ebenso mit Hilfe der Keyframe Animation festlegen und animieren und dabei die Änderung der Werte genau unter Betracht ziehen. Des Weiteren werden wir bereits in diesem ersten Volume darauf eingehen, wie man mehrere Dateitypen in eine Gruppe zusammenfassen kann. Wir werden Ihnen dann, wenn wir soweit sind, auch die Neuheiten der Maskenfunktionen erklären, die wir dann allerdings in den weiteren Volumes, die auch bald erscheinen werden, umso genauer erklären, analysieren und auf Neuheiten prüfen werden. Wir möchten Ihnen natürlich auch in diesem Volume wieder das Einsetzen von Keyframes erklären und Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Videos individuell animieren können. Denn das Keyframing eröffnet Ihnen x-beliebige Möglichkeiten der Effektbearbeitung. Wir werden Übergänge anpassen und individuell bearbeiten, Videos miteinander kombinieren und uns dann in diesem Jahr auch noch die Pan & Zoom Option genauer anschauen. Hier können wir Videos, die etwas weiter entfernt sind, ganz einfach mit einem Schwenk heranzoomen oder auch mit Keyframe Animation wieder herauszoomen. Die Möglichkeiten sind wieder sehr vielschichtig, was das Programm in diesem Jahr aber nicht komplexer macht. Doch wir nehmen Sie natürlich gerne wieder an der Hand und führen Sie durch Pinnacle Studio hindurch. Wir schauen uns die Splitscreen-Erstellung an, anhand der bereits vorhandenen Vorlagen oder aber durch die individuelle Erstellung eines Splitscreens. Wir werden uns einem Mysterium des Videoschnitts widmen, wie wir Personen einfach verschwinden lassen können und dann aus dem Nichts wieder auftauchen lassen können und wie wir ein Video mit sich selbst kombinieren, um diesen Effekt zu erzeugen. Ein besonderes Highlight stellt auch wieder der nahtlose Übergang dar, bei dem wir einen bestimmten Teil unseres ersten Bildes anwählen und dann dort herauszoomen lassen können, auch Fadeout genannt und wir können dann auch noch in unserem zweiten Video den Ausschnitt festlegen, bei dem wir das Ganze wieder einfaden lassen möchten. Freuen Sie sich also nun mit Recht auf die kommenden Lektionen und auch auf die weiteren Volumes, die zeitnah erscheinen werden und in denen wir uns mit weiteren Neuheiten von Pinnacle Studio beschäftigen werden. Ich freue mich darauf, dass wir uns auch beim nächsten Volume wieder hören werden.